Hallo Leute! Willkommen zu einem kleinen Rusty-Harts-Let's-Play mit Repilf und Angel Rico. Moin! Tja, ich weiß nicht, warum die immer noch Level 7 sind. Ich bin's auch, aber ich bin weiter als die, weil die schlecht sind. Loops! Nein? Ja, du bist doch noch Level 7, ne? Tja, ich muss schon hier Winekeller, vom neuen Gebiet schon das erste. Ja Junge, ich muss das zweite Gebiet auf Hart spielen, also. Ne, das muss ich erst erkunden! Wieso hatten Quests du nicht? Doch, hab ich! Ich hab bis jetzt fast hier ne Quest gemacht. Das eine hab ich übersehen! Ja, das andere Schatten haben die ganzen Neu-Quests frei! Ey geil, dafür hab ich schon fast alles auf Very Hard-Do. Bis auf 1. Ne, bis auf 2. Wie ist das mit dem Loot? Hat jeder das ne eigene Loot, oder? Ne, das wird aufgeteilt. Unten ist immer so wie eine Spielebox. Wird immer ausgewählt, wer was bekommt. Achso, okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Ich kann den Arsch eine Großaufnahme sehen. Boah! Wer hat das richtig gemacht? Ah, okay, cool! Boah, ich kann das endlich mal auf Hart spielen? Mann, Gang! Ja, hau rein! Das ist das einzige Spiel, was ich nicht auf Hart spielen könnte. Hehehe. Bin ich ja mal gespannt. Dabei hab ich das letzte schon fast auf Very Hard. So. Wie ein riesen Pferd. Ach, seid ihr langsam. Und für die letzten Zuschauer, die es nicht wissen, das ist ein Hack'n'Slay... ...MMO... ...Muss. 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 Ach, scheiße. Hehehe. Das sind echt alle Pferden. Das ist leicht chaotisch, hab ich das Gefühl. ...Muss. Zu klar. Ich bin interessiert von Storys. Oh. Wenn man da drauf... ...Muss. Ah. Oh, ah. Oh, Wien ist grad unterm Very Hard-Bundang schon angesagt. Ich bin die Frau rein. Oh, wie das ist, dass die Leute nichts machen. In der Aufnahme. Ist egal, sie kann höchst mit Technik-Lay sehen. Damn. Kommt die Mutzlos vor gerade? Kann das sein? Kann's mal sehen. Weiter im Quest, aber trotzdem nutzlos. Ja, was geht das jetzt? Hehehe. Kann ich doch nichts mehr. Hehehe. 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 Ich dachte, ich drück aus, dass ich immer ne falsche Taste Nee, niemals Ich drück mittlerweile nur nicht ganz normale Angriffstaschen, weil die anderen das lohnt sich Da müssen wir Zieleflashen, da drauf Wir machen aber jetzt einen höheren Rang am Schluss Du kriegst ja einen höheren Rang am Schluss, wenn du die Taste gehörst Nee, krieg ich auch so Ach, turn ass Ja, sogar turn ass Haben wir jetzt schon Ja Look at this, Franz Ach, konnte es dieser Riesenspaß gehen? Geh dich immer wieder dran, ich bin schwanger Schwanger Jetzt in deinem Welt In diesem Welt, in deinem Welt Oh 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 Die, potato Die, potato Da liegt ne Silberkarte Oh mein Gott Who is that? Story, wen interessiert's? Ich will die wegmachen, Story Ich will laufen Ach, schweißig Halt Das gibt Silberbelo Das gibt Silberbelo Das ist meine Mine Oh Ich bin hier Oh Das fiss ich nicht Oh mein, das ist Und was bekommen wir? Komm schon Irgendwie Passiert nichts Eike schuld Bin ich nicht Muss gehen Dein PC ist schlecht Triple Triple S Triple S Yeah Voll schön Wollung wir haben Wie ich jetzt das alles Am besten noch den niedrigsten Gold Tether Boots Nein Ha Ha Didi 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 Direkt der Besucher Direkt der Besucher Direkt der Besucher Okay Ähm Ab So So Back to Basics Ja Wie schau ich krass abgeben Ich warte auf euch Was Ich mit meinem coolen Bienenkarton auf Mückenkarton Ich bin ne Mücke Naja Das sieht eher mehr aus Junge Was gibt's hier für Scheiß E-Terms So Ja Ja Interessiert mit dem Scheißdreck So ich kann mir was was cooles anziehen Mückenkarton Scouts in Lauer Plan Okay Hm da sind noch Wiede Menge Eko ich kann auch was annehmen Kollektivist Weehh 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 Wo seid ihr überhaupt Ehh Anerganzen Ach ich seh zumindest Angel Ich muss mal eben zum Shop Waffen verkaufen 忍 Weehh 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 Wann das war der Roman als was sie waren er hat einigen so was erst hier um mit nachden es hier oben fest mehr auf dem er es ist es ist erler an Okay, gut. Machen wir eben. Guck mal, Silfer, sieht man gar nicht. Was denn? Wenn ich dieses eine Kostüm hier anziehe. So ein Shirt. Jetzt ist es ja bauchfrei. Warte mal, mach mal. Man sieht zumindest was, man sieht was. Ja. Aber hier sieht man's voll. Scheiß Stücke, Schufe. So, wo war das Questfenster nochmal? Ich weiß es jedes Mal. Auf Z. Irgendwie so. Auf Z ist ein Questfenster, cool. Oh mein Gott, ich hab noch eine Level 2er Quest. Geil. In der Steuerung spielt zwei Y, aber naja. Wir müssen mal bedenken, Z und Y sind in englischen Spielen meist vertauscht. Wegen Tastaturlayout. Ah ja. Okay, wollen wir weitergehen? Nein. Moment, Moment. Upper Plant muss ich nehmen. Ach, das ist ein Heilzauber. Jetzt glaube ich, das endlich. Hm, so ist das Gehirn. Boah. Ja. Wir müssen Channel, äh, keine Ahnung, noch 2b nochmal machen. Ja, mach einfach alles. Egal, solange man töten kann. Hä? 3b? Nee, Moment. B3, willst du nur mal B3 machen? Bitte nicht. Hä? Was musst du machen? Hm. Simple Task. Gautzes. Hä? Was hab ich doch? Da hast du die Quest auch abgegeben. Aber ich hab die immer auch drin. Welche, welche Quest ist das denn, Eike? Simple Task. Dann müssen wir das vielleicht doch very hard machen. Gautzes, äh, Cannots B3 in Very Hard Mode. Ach, hab ich doch. Dann lass uns schnell den Very Hard Mode machen. Ja. Lass einfach töten. Mein Gott. Jetzt werden die Gegner aber richtig ernst, ne? Tja, Level 3. Richtig heftig. Elite. Nein, der letzte. Bitch, Elite. Kommt her Elite, ich will euch töten. Und ... Verrisst den Loot nicht! Wievooooooo. Fist ... Wiev ... Sieh der, die Beuste schwingeln! Genau, ups. Mh ... Und ... Fist ... Stammt! Ich liebe diesen Wind-Attacke da, diesen Wind-Schlag. Welchen? Ähm, Warten ist grad auf Cooldown. Hier, ähm, den. Wie heißt der denn? Das ist hier. Windy Blass. Macht Sinn. Ja. Moment. Hast du den nicht? Ich glaube nicht. Ups. Doch, den Skillfest ist schon mit Level 3, glaube ich. Ich habe alle gelernt, aber ich bin nicht. Lüge nicht, du Lügner. Welche Kategorie ist der? Ähm, Gibt's ein Skillfenster? Auf K, glaube ich. Unter Normal. Rockfest und Windy Blass. Was ist denn hier? Ach. Ja. Stimmt. Uh, ich habe einfach nur eine Fähigkeit gelernt. Nein. Kommt da. Kennen wir schon, äh, haben wir schon ganz lange, aber... Ja, lüge nicht rum. Uh. Mhh. Attacke. Mhh. Attacke. Oh, ich habe einfach ein hart gehen. Oh, vielleicht macht der hart gehen ja, ne? Contciliation, wer auch immer das gerade Level ab hatte. EIKE? Ich. EIKE. Nur weil dein Levitz tausendmal spielen muss. Ja! Ich warte mir auf die Woche. Komm an, ich wollte ihn fissen. Oh man. Skipping! Sieht auch so stumpf aus, ne Fist, die einfach aus dem Boden kommt. Ja. Kein Silber, oder? Nee. Machst du nie durch alles. Ich nehm das. Nein. Okay. Prillig Amor! Das wollte ich auch nehmen, Reppi. Ja, ich hab wieder wenig. Ich hab Lootglück! Bitches! Naja. Was willst du jetzt fest mit dem sinnlosen Zeug? So, ähm... Quester darf gehen, oder? Ich würde sagen, eigentlich darf Quester gehen. Ja. Eine. Pfff. Man riss wieder tausend andere. Naja. Und ich seh schon, am Schluss bin ich Level 14. Nein. Das wird nämlich... Da 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 da! Ich hab ne Errungenschaft. All I want for Christmas, Silber. Das ist eigentlich genau. Das ist nämlich der Erfolg für den... Das ist nämlich der Weihnachtserfolg. Farsch mich nicht! Doch. Doch, das ist er. Nein! Ich hab dir doch gestern geschrieben, dass du den für, ähm, very hard machen musst. Das erste Level. Aber du musst halt die Quest haben. Ich hab' mir auch mal gesagt, wir haben fertig. Scheiße, ja! Das ist ja richtig. Oh ne! Egal, lass noch ein bisschen spielen. Ich möchte noch den neuen Revolver austesten, den ich noch hab. Okay, dann warte ich schon was mit dem. Ne, wo kann ich als ob der wie lacht. So, die Scheiße. Und halt mir nicht die Brüste ins Gesicht, Rapiff. Zieh. Der ganze Bildschirm war voll. Schau lieber mal. Oh, Lower Plant. In Very Hard. Hab ich auch noch nicht gemacht. Das ist die letzte Stufe, die ich noch machen muss. Pass auf, Rapiff, es wird jetzt ganz hart. Oh, ja. Ah, jetzt kommt das eine Ding, ne? Weißt du, was ich meine Ende? Ja, das ist hässlich und das ist scheiße. Das ist nur scheiße. Äh, bam. Jetzt geh ich mal für mich lieb. Bam. Ich sag nichts. Steal. No, das war's. Man. Ist der nicht tot? Jetzt. Ist der nicht tot? Wieso smaschen wir die so weg? Das ist eine Silberkarte. Hey, Moment mal. Ich glaub ich kann ein neues Speer da anlegen. Nicht so süchtig, Sulfa. Doch. Ach so. Bam. 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 Und dann bin ich fest. Nein. Ach. Loading? What? Irgendwer hat Story. Und irgendwann hat Level Up. Ich hab level up. Das sieht grad so hässlich aus, Alter. Lassen wir mal oben gehen. Ich hab noch ein... Ich hab' ich hab' nen Screenshot davon. Es sah alles sehr öftig aus. Ja, ist halt gut. Guck, der hat nen Tattoo auf dem Arm. Auf der Schulter. Oh, blöde scheiß Story. Ja. Wird interessiert schon ne Story in nem Hack'n Slay Spiel. Ja. Ich hab' ja jetzt raus. Außer vielleicht bei Kratos. Na ja. Devil May Cry sag ich nur. Ist auch Hack'n Slay Story. Hab' ich nie gespielt, leider. Ja. Ich muss mal die Demo spielen. Ist cool. Hm. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Den langen Gate. Ah! 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 Das war vollkommenes Teamwork-Icon. Genau gleichzeitig. Ah! Kisse! Kisse!